Bei diesem Preisträger fällt mir nur ein Wort ein. Wow! Was für eine sagenhaft professionelle Schülerzeitung. Liebe Erkannt-Redaktion, bunt, vielseitig, multimedial, das seid ihr. Und das ist eure Online-Zeitung in jeder einzelnen Rubrik. Kein Lebensbereich bleibt unerkannt. Ganze zwölf Themenseiten umfasst euer Blatt. Ihr stemmt sie in Top-Qualität mit gerade mal einem halben Dutzend Redakteuren. Die Erkannt zeigt sich optisch und inhaltlich voller Abwechslung und Elan. Von Reisetabs über Stadtgeschichten bis hin zu großen politischen Themen oder Liebesfragen. Es ist für jeden etwas dabei und immer tragen eure Beiträge eine unverwechselbare Handschrift. Ein Bereich hat mir dabei ganz besonders gut gefallen. Denn ich finde, mit der Rubrik Ausbildung, Beruf und Studium erfüllt ihr euren journalistischen Informationsauftrag in wirklich exzellenter Weise. Berufsorientierung beginnt in der Schule und sie ist für jeden Einzelnen wirklich wichtig. Mit euren Berichten und Reportagen nehmt ihr eurer Leserschaft die Angst vor dem, was nach der Schule kommt. Ihr gebt Orientierung und macht Lust auf Neues. Und mit der Jobbörse bietet ihr auch noch konkrete Unterstützung. Das alles sind wichtige Anliegen von gutem Journalismus, der mit aufwendiger Recherche und zahlreichen Hintergrundinformationen aufklärt und den Horizont erweitert. Zum zweiten Mal in drei Jahren dürft ihr euch völlig zu Recht beste Online-Schülerzeitung Deutschlands in der Kategorie Gymnasien nennen. Herzlichen Glückwunsch dazu! Herzlichen Glückwunsch dazu! Herzlichen Glückwunsch dazu!